ja du wirst was dazu sagen die youtube startseite ist so richtig kacke findest du auch oder ja gerade 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 viele beschweren sich ja auch über die abo box dass man da zwei dreimal erst klicken muss um die richtig alte abo box unsere abonnenten die mehr als die hälfte sehen unsere videos gar nicht uns kommen die leute immer auf der straße wann kommen neue videos ist doch ja das ist extrem schade dass ich weiß nicht war woran das liegt was das für ein technischer fehler ist von dem man uns ständig erzählt ich weiß ja ausgerechnet bei uns bekommen unsere videos und 30 prozent unserer abonnenten mit wenn überhaupt mit guten fall noch die leute denken wirklich wir hätten aufgehört videos zu machen ob dabei gibt es jede woche eins bis zwei videos das ist extrem schade weil ich finde das ist die funktion von abonnieren dass man die videos wirklich mit bekommt ansonsten macht es keinen sinn und dann kommt noch facebook dazu eben auch dass man da dafür zahlen muss dass du komplett alle fans erreicht mit einem beitrag finde ich auch natürlich schade